Danach kommt, ich kann das ja hier sehen, genau, hier diese Dreiergruppe hier, ja, so, ja, und jetzt hier, wie gehabt, die zwei, und dann kam diese Dreiergruppe, und so, so, den muss ich weg, ah ja, ich mache den am besten gleich weg, so, dann war das hier, dann war jetzt, oh, was war hier nochmal, hier war doch nochmal so eine Zweiergruppe, und dann war da ein Einzelner, und dann zwei davon, und damit haben wir die Mitte. Ja, genau so, der Einzelne, dann kam eine Zweiergruppe hiervon, und dann kamen zwei davon, dann kamen diese, diese Dreiergruppe hier, Ja, genau, wir müssen oben den Kranz noch machen, ja, 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 genau, und dann erst innen, ja, das wird noch ein Spaß werden. Okay, ähm, jetzt hier diese andere Dreiergruppe, und dann kommt hier der Einzelne Abstandshalter hier in der Ecke, kann ich gleich mal hinmachen, und dann diese beiden, und in der Mitte noch der hier, so. So, und das machen wir jetzt auf der Seite auch nochmal, und dann ziehen wir hier mit, ähm, durch. Da war der Einzelne Platzhalter, dann kam, ähm, ich kann es da drüben sehen, diese Zweiergruppe hier, dann diese hier, ähm, ja. Ähm, war das, doch, das war schon, wir sind hier kurz vor der Mitte, ja, aber, jetzt haben wir das ja, genau, dann kommt jetzt erst mal hier diese Zweiergruppe, und dann, ja, Moment, dann kommt ja schon der Einzelne, oder? Hier ist doch schon die Mitte. Ähm, was war denn jetzt hier nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Ach doch, ja, ich weiß wieder, doch, doch, doch. Hier, diese beiden hier, und, ähm, der hier. Und das jetzt hier symmetrisch auch auf der Seite. Da war der Einzelne, dann kommen hier so eine Zweiergruppe hin. So, und dann waren, äh, ja, genau, die hier, schon ausgewählt hier. So, kann ich jetzt, ja, da komm ich vorbei. Und dann, hier, hier kommt jetzt ja diese Dreiergruppe hin. So, 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 und so. So, und damit sind wir einmal rum, ja, genau. Dann kann ich jetzt hier als Hilfe gleich nochmal, äh, das hier machen, dass ich da hochkomme, ja. Aber, ja, die, es wird schon Nacht. Haben wir da noch Material übrig? Ja, doch, ein bisschen was schon. Naja, gut, ja. Ach komm, wir gehen ins Bett, also, äh, in die Hütte, und bauen gleich nochmal ein bisschen Material. Und legen uns dann erst hin. So, ich habe ja noch was, mhm, oh, Moment mal, ich hab, ich hab da ein bisschen Zeug im Inventar, das ich raus hab. Ja, jetzt muss ich natürlich wieder genau ins Wasser laufen. Ne, das ist Pflanzenzeugsel. Eben, das habe ich hier plattgetreten, aber hier, da, ähm, ist mir jetzt egal. Ja, okay, gut. So, ähm, ah ne, ich muss erst hier, äh, was brauche ich denn hier, sowas da, da brauche man, da brauche man einiges, das kann ich aber so, ne, kann ich gar nicht, äh, ich brauche ja drei davon. So, oh, da habe ich jetzt aber viele, okay, war jetzt gar nicht so beabsichtigt, aber egal. So, das kann auch noch weg. Und dann brauchen wir einfach noch weitere davon. Wie kann ich ja hier bauen, machen wir mal das, das mal so, so und so dahin. Und wir brauchen noch, also wir brauchen sowieso noch mehr von dem ganzen Zeugsel, also kann ich ja auf jeden Fall einfach nochmal, ähm, ach so, da ist ja noch was, mehr bauen. Der Bruchstein kann natürlich weg, das Zeugsel hier auch. Diese hier lasse ich so, ja genau, die sind schon vorgebaut. Aus diesen hier, ach so, davon brauchen wir auch noch was, die müssen wir aus denen hier machen. Dann mache ich das mal so. Ja, da muss ich aber jetzt an die Werkbank gehen hier. Das da, geht das jetzt da unten? Ja, das geht. Und ich kann ja gleich noch mehr bauen, weil wir davon ja auch noch einige brauchen. Hier, das kann man da hin. So, und aber auch von denen hier noch. Äh, das muss ich aber jetzt hier oben rum machen. Ja, gleich noch mehr. Und den, was machen wir damit? Den verarbeiten wir noch hier, so und so. Und dann machen wir noch, ähm, das geht so. Machen wir noch davon was draus. Okay, so, da haben wir wieder ein bisschen Material und können weiter bauen. Ja, okay, draußen haben wir das Tag. Wie sieht's aus mit Nahrung? Elf Brote noch. Haben wir hier was drin? Ähm, ja, da kann ich noch genug, äh, daraus machen. Okay, das reicht noch. Und das fällt hier. Oh, wir könnten aber von dem Feld, doch, doch, das machen wir jetzt mal. Wir müssen ja nicht warten, bis das komplett, ähm, gewachsen ist. Wir können ja schon ein bisschen vorher, ähm, ernten. Und schauen, was dann geschieht. Also, jetzt ernten wir mal. Oh, es wird tatsächlich neu angepflanzt. Okay. Das heißt, ich bräuchte also einfach nur mal in der Mitte das Wasser, bis ich alles rundum mal angepflanzt habe. Und ab dann kann ich das Wasser sogar wieder entfernen. Und muss halt nur dafür sorgen, dass da ständig was drauf steht. Ja, gut, aber die Felder kommen ja sowieso wieder weg. Wenn wir da fertig sind, und damit ist das dann, erübrigt sich das ja auch. So, gut. Ah, die, das ist keiner auch weg, die Sense. Okay, ähm, jetzt müssen wir erst mal hier eine Spur davon ziehen. Ne, ne, Moment, nein, 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 wir müssen hier oben. Hier, diese, diese, wen haben wir denn da unten? Ich hab dich doch gesehen. Ah, du kannst ruhig da drin bleiben. Nützt ja nichts. Ich bin hier oben und bleib hier oben. Es hat sich verdammt sein. Also, hier müssen wir wechseln. Und wieder zurück. Ja, da geht's einfach glatt durch. Und dann kommen aber hier gleich wieder zwei. Und weiter hinten dann nochmal eine Dreiergruppe. Und das war's dann. Ansonsten haben wir hier die, ähm, äh, wie heißen die? Gemeißsiedeln? Ne, Glattsteinssiegel. Und dann eben Treppen aus. Ja, doch, Treppen. Aus Glattsteinssiegel. So und so. Okay, gut. Passt, äh, eine, eine Reihe schon fertig. Machen wir eben auch gleich hier weiter. Rein im Schleichmodus geht es halt etwas langsamer, aber dafür eben genau. Und, äh, ich hab kein Problem mit, mit Nacharbeiten und so weiter. Oh, jetzt muss ich mir hier Platz machen. Das ist dann doch zu viel. Also, vorbeikommen muss ich dann schon. Na, das passt nicht. Ja. Ist noch mehr. Was im Weg ist und weg muss. So, hier kann ich wieder überwechseln. Und damit sind wir hier schon am Ende. So, rum ums Eck und weiter geht's. Ah, da ist wieder was im Weg. Da wieder rüber wechseln. Ah, schon wieder was im Weg. Der einzelne hier, ja genau, der müsste von alleine weggehen. Der zerfällt. Wenn wir jetzt hier fertig sind mit der Reihe, dann haben wir noch, oh, so rum. Dann haben wir noch eine. Und dann haben wir den Kranz hier auch fertig. Oh nein. Da war irgendwas verkehrt. Ach so. Ach so, das muss weg hier. Und auch da, ach so, ja okay, das ist nur ein Ast. Kam mir jetzt ein bisschen komisch vor, weil da plötzlich so Holz in der Luft war. Aber das ist ein Ast, der am Stamm dran hängt. So, wir sind auf der letzten Seite hier und arbeiten uns langsam aber sicher vor. Ähm, wie geht's dann weiter? Wir können dann auch noch von hier oben arbeiten. Ja genau. Wir können ja eigentlich, oh Moment, naja, ich glaube wir können doch nicht alles von oben machen. Ne, das hat noch gepasst. So und, äh, so. Ja, und damit sind wir praktisch rum. Okay. Ja, dann kommen die hier. Das könnte ich eventuell noch von unten machen. Ähm, ja, muss ich jetzt auch, wenn ich runterfalle. War jetzt keine Absicht. Naja gut, ich versuch's mal. Wenn ich da noch hinkomme, ja doch, das geht. Nein, 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 nein. Da hat mich die Sonne zu sehr geblendet. So, den nochmal weg und den nochmal weg. Oh ja, erst kann ich auch was. Die Sonne blendet mich immer noch. Jetzt nicht mehr. So, damit sind wir hier rum. So, genau, okay, das hätten wir. Und da muss da ja noch der Kranz haben. Der ist in der gleichen Höhe. Ja, okay. Vielleicht können wir, können wir das von unten noch machen. Haben wir da noch? Ja, ja, wir haben noch genug Material. Irgendwas läuft hier schief. Ach ja, das bin ja ich. Ja. Moment, ja, doch, passt, passt, passt. So, der auch noch. Machen wir das gleich weg. Aber dann laufe ich jetzt in die Richtung und dann wieder in die andere. Das ist ja Unsinn. Können wir gleich hier weitermachen und dann nochmal einmal so rum. Da habe ich was vergessen. Ich habe es gesehen. Also nicht vergessen, aber da wurde halt keiner hingesetzt. Da war auch noch ein Fehler, meine ich. Ja, doch, der passt. Machen wir einfach mal hier weiter. Genau, wir sind hier vorne. Oh, ich sehe gerade, wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Folge ist bald zu Ende und damit auch die Aufnahme. Ja, gut, macht nichts. Wir haben auf jeden Fall einiges geschafft. Und damit wird es das nächste Mal dann auch weitergehen. Ach so, ich muss ja erst wieder hier hoch. Ja, okay. Weil ich ja von hier drinnen nichts machen kann. So, damit bin ich jetzt hier drüben angelangt. Und jetzt kann ich einfach nochmal rumgehen und die Überzähligen wegmachen. Ja, ich glaube, dann machen wir auch Schluss. Hier noch an der Treppe das fertig machen. Und den Kranz, der daraufhin noch folgt, den machen wir dann beim nächsten Mal. Also, wir haben jetzt auch hier in dem Stock keine Fenster gemacht. Oder so Lücken oder Luken oder wie auch immer man das bezeichnen will. Oh ja, genau, da fehlt ja einer. Das ist auch gut so. Das passt so. Und ich glaube, ich will auch im dritten Stock noch nichts machen. Aber im vierten, also es sind ja insgesamt neun müssen es sein. Da könnten wir schon mal was machen. Wir können ja, ja genau, doch. Im dritten noch nicht. Aber im vierten, im sechsten, achten oder so. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Eben zweiten dann. Jedes zweite Stockwerk. So, das haben wir alles. Jetzt müssen wir hier noch bei der Treppe das machen. Ja, das ist einfach nur das da. Ja, gut. So und so. Okay. Ups. Ein bisschen zu weit. Da oben könnte ich ja eigentlich auch was machen. Aber das, dass wir da noch einen draufsetzen. Naja, obwohl das ja nicht überall sein muss. Naja, das passt schon. Zumindest erstmal. Ich kann das ja immer noch ändern. Jetzt will ich eben was essen. Und dann, ja, dann machen wir Schluss. Hier war noch ein bisschen was hier. Genau das da. Oh ja, aber. Ich kann noch ein bisschen Material einsammeln. Oh, guck mal hier, was wir hier haben. Ich hätte einfach mal hier in die Kiste reinschauen müssen. Da ist ja doch jede Menge drin. So, und auch hiervon. Das passt ansonsten mal. Davon haben wir auch noch was. Nehme ich. Ah ja, noch mehr. So und so. Okay, gut. Das passt da. Ja, okay. Gut. Und hier, ja, das will ich auch weghaben. So und so. Da kann ich, ähm, wo sind die, diese hier? Erstmal da reinpacken. Und auch hier Bruchsteinzeug. Und das sonstige Krümpel kommt da rein. So, einfach weg hier. Ich könnte jetzt noch die Holzkiste hier... Ne, das brauchen wir aber eigentlich auch nicht mehr. Ach egal, ich lasse die Kisten einfach da. So, ich verkrieche mich jetzt und dann verabschiede ich mich. Und wir machen beim nächsten Mal weiter. Dann ist es auch wieder hell. Ah, doch, das sieht schon ganz schön aus hier. Mir gefällt's. Da könnten wir sogar immer noch irgendwie ein bisschen was dazu machen. Aber jetzt machen wir erstmal so weiter. Beziehungsweise wir machen jetzt Schluss und machen beim nächsten Mal weiter. Ja, liebe Leute. Damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.